So, meine lieben Freunde, eure tägliche Hertha-News-Dosis hier mal wieder aus dem Homeoffice von Felizio. Ja, worum geht's? Viele kleine Themen heute. Erstes Thema Radonjic, der Ex-Hertaner. Zweites Thema Nankam, der hat ein Interview gegeben, die Verletzten, Kempf und Marton Dardai. Drittes Thema und viertes Thema Spielplan, da sind jetzt endlich die letzten Terminierungen vom Spieltag 31 bis 33 raus. Bobic-Termin vorm Arbeitsgericht abgesagt und das entscheidende Thema heute, Plattenhard. Wird jetzt tatsächlich mit dem jetzigen Kapitän verlängert? Ich habe mir jetzt nochmal meine Gedanken drüber gemacht, wobei ich ja so vor drei, vier Monaten noch unentschlossen war. Ob man dies tun sollte, habe ich mir zumindest für mich meine Meinung gebildet. Wir können gerne darüber dann diskutieren. Auch das hier in diesem Video. Für euch der Hinweis, normalerweise ist ja der Talk mit Flo immer am Donnerstag, aber es sind halt zwei Leute, die auch noch arbeiten und dann ist es halt nicht so einfach, sich immer zusammenzufinden. Dementsprechend ist der wöchentliche Talk mit der verrückten Strickloge Flo und dem verrückten Felizio dann am morgigen Freitag um 19 Uhr und haben dann auch Open End. Also macht es euch gemütlich, dann können wir einen schönen langen Stream machen und freue ich mich morgen am Freitag um 21 Uhr auf euch. So, lass direkt in die Themen reingehen. Radonjic war ich glaube ich nicht der Einzige, der ihn damals gerne hätte fest verpflichten wollen. Damals hieß es so, ja von den Verantwortlichen unter anderem Arne Friedrich, dass er wohl charakterlich nicht so richtig in die Truppe reinpasst. Aber er hat natürlich auf dem Flügel ein tolles Tempo mitgebracht und immer für Gefahr gesorgt, auch wenn er ab und an vielleicht mal zu eigensinnig war. Aber Olympique Marseille ist ihn jetzt losgeworden, nachdem sie ihn ja überall mal angepriesen hatten und zwar für nur 2 Millionen Euro an den FC Turin. Die haben die Kaufoptionen wohlgezogen, denn er hat in der Serie A für sie in 24 Pflichtspielen, zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuern können und hat jetzt nur noch einen Marktwert von 4 Millionen. Das ist aber schon Wahnsinn, wenn man sich mal überlegt, es war auch über dem Marktwert damals schon, aber wie sie uns damals eine Kaufoption gegeben hatten von 11,5 Millionen Euro, klar, die haben wir natürlich nicht gezogen. Wäre wieder so ein typischer Transfer gewesen, ein Spieler, den wir für 11,5 Millionen verpflichtet haben, jetzt ist er noch 3, 4 Millionen wert. Und ja, dann hatte man versucht in Verhandlungen irgendwie zwischen 5 und 4 Millionen zu zahlen, die wollten aber 6 bis 7 so in dem Dreh ungefähr, waren zumindest die Quellen. Hat man sich dann dagegen entschieden, auch aufgrund der Charaktereigenschaften, wie eben schon beschrieben. Und jetzt ist er für 2 Millionen gewechselt und Olympique Marseille kann sein teures Missverständnis loswerden. Wir hoffen aber für Radonjic trotzdem auf eine schöne Zeit. Ich mochte es ihm beim Fußballspiel mit seinem krassen Tempo zuzugucken. Ist ja immer noch erst 27 der Serbe, also er hat auch noch ein bisschen Zeit vor sich. Das mal so als Info. Ja, und dann kam ein sehr interessantes Interview gegeben. Ist jetzt nicht sehr ausführlich, aber war wieder was für meine geschundene Hertha-Seele. Jessic sowieso einer meiner Lieblingsspieler, den man auch gleich 3, 4 Mal so viel verzeihen würde auf dem Platz. Muss man aber gar nicht, weil er komischerweise immer der ist, wo die Einstellung eigentlich immer stimmt. Und er hat im Interview ein bisschen ein Kicker-Interview ein bisschen gegeben, weil er jetzt bei der U21 beiwohnt. Vielleicht noch Chancen hat auf die EM im Juni, würde ich mich natürlich sehr freuen. Die spielen jetzt gegen Rumänien und zweiten Gegner habe ich jetzt vergessen. Vielleicht kann er sich da beweisen und ein, zwei Tore machen, was ihm ja auch nochmal für den Abstiegskampf viel Selbstvertrauen bringen würde. Und er hat auch nochmal gesagt, wie er sich und warum er sich so mit Hertha identifiziert. Da hat er gesagt, ich zitiere, ich weiß, was es heißt, aus den Straßen Berlin zu kommen. Deshalb identifiziere ich mich zu 100 Prozent mit Hertha. Und das ist natürlich Balsam für meine Seele, weil man ihm das auch einfach abkauft und auch auf dem Platz sieht. Auch wenn nicht jeder Laufweg stimmt, auch wenn nicht alles immer toll ist, was er macht. Aber dem kann ich einfach mehr verzeihen, weil vor allem eben schon mal das Engagement da ist, Entwicklungspotenzial da ist. Und wie es halt immer so ist, den Leuten, wo man weiß, die geben alles für Hertha. Natürlich muss da auch ein gewisser Skill dabei sein, sonst könnten sie ja auch mich da vorne hinstellen. Aber bei Spielern, die sich zu 100 Prozent identifizieren, denen kann man dann den einen oder einen Fehler mehr verzeihen. Aber die Einstellung stimmt halt bei denen. An denen liegt es ja meistens nicht. Dann auch ganz gute Nachrichten. Kempf und Marton Daday wieder auf dem Trainingsplatz mit Laufeinheiten. Jetzt Freitag haben wir das Benefizspiel, also morgen gegen den BAK zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei. Also jeder, der da hingehen möchte, gerne unterstützen. Ich streame ja morgen dann mit Flo, sonst wäre ich auch noch hingegangen. Wird bestimmt auch ein cooler Anlass. Das wird noch zu früh kommen. Aber Kempf und Marton werden wohl gegen Freiburg im Auswärtsspiel, wo ich mich ja auch schon hardcore drauf freue, wieder am Start sein. Wenn jetzt nichts dazwischen kommen sollte, was für uns absolut essentiell ist. Das Abwehr ist sowieso nicht gerade unser Steckenpferd. Wobei, was ist unser Steckenpferd, muss man diese Saison tatsächlich fragen. Aber Kempf alleine macht da halt den maximalen Unterschied. Und das hoffen wir mal, dass beide wieder fit sind und wir dann mit dieser Dreierkette agieren. Mit Marton, Kempf und rechts. Ja, müssen wir dann mal schauen, wen wir da vielleicht aufstellen wollen. Ja, ansonsten endlich die Terminierung der Spieltage draußen. Da waren ja noch drei Spieltage offen. Das letzte Spiel gegen den VfL Wolfsburg wird ja immer schon fix terminiert. Alle Spiele auf den Samstag. Früher war es mal so, dass die letzten zwei Spieltage aufgrund der Fairness alle auf den Samstag fallen, damit es keine Vor- und Nachteile für die etwaigen Klubs gibt. Jetzt gibt es nur noch einen. Wahrscheinlich schaffen sie das auch noch ab, damit sie noch mehr Einzelspiele haben. Auf jeden Fall ist schon mal gut. 31. Spieltag spielen wir zu Hause. Samstag 15.30 Uhr. Also die normale Bundesliga-Zeit. Danke dafür. Freue ich mich sehr drauf. Wird ein ganz, ganz essentielles Spiel, beziehungsweise die letzten zwei Heimspiele. Das Auswärtsspiel in Köln. Bisschen schade. Ist dann am Freitag, wo man sich auch so denken muss, wir haben noch kein einziges Heimspiel am Freitag gehabt. Deswegen bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass sie irgendwie Bochum oder vielleicht Stuttgart auf dem Freitag terminieren. Wir haben auswärts in Gladbach Freitag gespielt, auswärts in Mainz, auswärts in Bremen. Auswärts jetzt auf Schalke und jetzt noch auswärts in Köln. Fünf Spiele auf dem Freitagabend. Das ist natürlich auch ein Bärendienst für alle, die auswärts fahren wollen. Das hapert ja daran auch bei mir bei Schalke, weil ich muss, wenn ich Freitag- und Samstagstermine habe, muss ich eigentlich Freitag mir komplett freinehmen und Samstag, was ich einfach gar nicht jedes Mal gewährleisten kann. Und so sieht es auch wieder aus bei Köln. Aber vielleicht schafft man es ja dann trotzdem irgendwie dahin zu fahren. Bochum ist dann allerdings am 33. Spieltag, auch wieder am Samstag um 15.30 Uhr. Was auch noch ganz interessant ist, je nach Konstellation dann am Ende, am 31. Spieltag spielen wir um 15.30 Uhr am Samstag zu Hause und am vorherigen Freitag spielt schon Mainz gegen Schalke, also Auswärtsspiel von Schalke in Mainz. Vielleicht können sie uns da einen Gefallen tun, sodass wir dann irgendwie ein Matchball gegen, wer weiß, wie weit es kommt. Ein Matchball wird ein bisschen früh sein, wenn wir überhaupt drin bleiben. Aber kann vielleicht dann für uns einen Push geben oder aber uns schon richtig unter Druck setzen gegen Stuttgart. Schauen wir mal, wie das läuft. So, dann hat die BZ, Deutsche Presseagentur, DPA, ich weiß nicht, wo die Grundquelle jetzt war, herausgefunden, dass der im April angesetzte Gütetermin vor dem Arbeitsgericht in Berlin zwischen Hertha BSC und Ex-Geschäftsführer Fredi Bobic abgesagt wurde. Das liegt laut einer Sprecherin des Gerichts daran, dass Vereinsbeteiligte, also wurde jetzt nicht gesagt, welche Seite, ja, geltend gemacht haben, dass das Arbeitsgericht doch gar nicht zuständig sei. Da er ja Geschäftsführer ist, könne man das eben auch vor der Zivilkammer verhandeln. Dementsprechend wurde der Termin jetzt erstmal abgesagt. Das ist einfach ganz normaler Anwaltgeplänkel halt, was da passiert, Strategien abgesagt. Und jetzt wird vom Gericht darüber entschieden, ob eben die Zivilkammer dafür zuständig sei oder eben doch das Arbeitsgericht. Wenn es doch das Arbeitsgericht ist, dann wird ein neuer Gütetermin zur Verhandlung am Arbeitsgericht festgelegt. Also auch da nicht zeitnah zumindest die Einigung. Schauen wir mal, wie sich das alles noch hinzieht. Das nun mal für euch als neuestes Update. Ja, und jetzt kommen wir zur spannendsten Nachricht. Der Kicker hat gestern berichtet, dass mit Marvin Plattenhardt jetzt doch verlängert werden soll. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen. Ich finde, manchmal wird Platte ein bisschen zu sehr gebasht, auch in der Bewertung muss ich schon sagen. Aber Gehalt soll sich ja zwischen zweieinhalb und drei Millionen befinden. Eben damals noch verlängert, als er Nationalspieler war. Und in der Prime muss man auch mal dazu sagen, um Prez einmal in Schutz zu nehmen. Irgendwie wurde halt auch immer mit den Spielern verlängert, wo sie absolut in der Prime war. Und dann sind sie nie wieder an diese Leistung rangekommen. Genauso wie bei Selke und Darida. Trotzdem waren diese Gehälter natürlich völlig irrwitzig. Ja, Verlängerung steht wohl aus. Er hat sich so geäußert. Er wird jetzt keine Angaben darüber machen, ob er auf Gehalt verzichten will und so weiter. Die BILD hatte schon gesagt, dass man ihm wohl schon mal ein Angebot unterbreitet hatte. Mit einer Drittel Gehaltseinsparung, wo ich mir auch so denke, okay, der soll noch zwei Millionen oder anderthalb Millionen Grundgehalt haben. Das ist mir auch schon zu viel. Ich würde das eher auf die Hälfte reduzieren, wenn man überhaupt darüber nachdenken will. Das soll ihm wohl zu wenig gewesen sein. Und jetzt geht es laut BILD wohl darum. Bleiben wir in der ersten Liga, weil dann können wir uns mehr Gehalt leisten für Plattenhardt. Dann ist es für ihn eine Verhandlungsoption. Oder steigen wir ab, dann können wir uns ihn so oder so nicht leisten, selbst wenn er auf viel Geld verzichtet. Ja, ein Kicker steht auch eben zu diesen Vertragsinhalten. Will er sich halt nicht äußern. Ist ja auch alles okay. Er weiß selber nicht, was passiert. Ich kann einfach nur sagen, warum will man den gleichen Fehler, den man über Jahre gemacht hat, wodurch man einen Luka-Netz verloren hat und wodurch, also vielleicht nicht nur dadurch, aber das hat es nicht gerade begünstigt, dass sie bleiben und wodurch man Lukas-Ulrich verloren hat. Warum will man den immer wieder weiterführen? Wir haben erst gesagt, wir verlängern mit keinen von beiden. Dann hat man wahrscheinlich gesehen, gut, Ulrich wird gehen. Wir finden jetzt auch nicht mehr den Zuspruch, dass jeder Top-Links-Verteidiger unbedingt zu uns will. und viel günstiger sind sie dann vielleicht auch nicht, als wenn man alles im Gesamtpaket mit Signing-Fee und Ablösesumme berechnet. Aber wieso wollen wir jetzt den gleichen Fehler denn wieder machen? Egal, ob wir in der ersten oder zweiten Liga bleiben. Mittelstädt wurde verlängert. Ob wir jetzt absteigen oder nicht, der wird bleiben, bin ich mir sicher. Sonst verlängert man keinen Vertrag bis 2027 bei einem Verein, der massiv abstiegsbedroht auch schon zur Winterpause war. Das heißt, wir haben Mittelstädt. Und egal, ob wir jetzt Fünferkette oder Viererkette spielen, der kann da gesetzt sein. Egal, ob wir in der ersten Liga oder in der zweiten Liga spielen. Jetzt muss man sich Gedanken machen, was will man jetzt mit Plattenart? Selbst wenn du nur zwei Jahre verlängerst, was ist denn mit dem nächsten Talent? Wir haben einen 18-jährigen Elias Straßner in der U19 spielend, auf der Linksverteidigerposition. Der hat in 14 U19 Bundesligaspielen diese Saison zwei Tore erzielt und letztes Jahr bei der U17 in 20 Spielen zwei Tore erzielt und fünf Vorlagen beigesteuert. Er ist deutscher U18-Nationalspieler mit drei Spielen und null Toren. Jetzt könnte man aus meiner Sicht ja einfach mal sagen, dann gibt dem mal eine Chance im Kader. Mittelstädt ist jetzt nicht der verletzungsanfälligste Spieler oder erachtet man Mittelstädt als zu schwach, weil er jetzt ja die ganze Zeit plattenhart Stammspieler ist. Warum hat man dann mit Mittelstädt verlängert? Also wenn man Mittelstädt verlängert, macht es für mich überhaupt keinen Sinn, jetzt noch mit Platte zu verlängern, zumal die Leistungen überhaupt nicht dafür sprechen sollten, wieder einem Spieler so viel Gehalt zu geben und dann eben auch wieder dafür zu sorgen, dass da so ein Block von zwei gestandenen Linksverteidigern ist, wodurch das Talent gar nicht durchkommen kann. Also muss man sich doch eigentlich nur die Frage stellen, traut man einem Elias Straßner zu, irgendwann mal Bundesliga zu spielen oder nicht? Ich brauche keine drei Linksverteidiger. Weder in der Viererkette noch in der Fünferkette. Zwei reichen vollkommen aus. Nicht zu vergessen, ein Fabian Rehse kommt im Sommer noch. Je nachdem, welches System wir spielen, der kann linker Flügel, rechter Flügel, hängende Spitze, Stürmer, hat aber auch in der Fünferkette beziehungsweise Dreierkette bei Holstein Kiel öfter mal den offensiven Part eines Schienenspielers gegeben. Zugegeben, meistens rechts, weil er halt Rechtsfuß ist. Da war er dann so ein bisschen wie Richter, der ja auch eigentlich früher mal an der Zentrale gespielt hat und dann Flügelspieler war. Hat also auf der rechten Seite gespielt, weil es ist natürlich schon nochmal was anderes, ob du offensiv als Flügelspieler, als Rechtsfuß auf der linken Seite bist und dann nach innen ziehst zum Abschließen oder um den Pass zu spielen, oder ob du defensiv bist, weil alleine das Blockverhalten gegen einen Gegenspieler der Flanken will, besser ist, wenn du auf der linken Seite agierst und dann quasi zum eigenen Tor läufst und linksfuß bist und nicht mit dem Außenriss abblocken musst. Aber er hat auch schon linker Schienenspieler gespielt. Also du hättest noch ein Backup hinter Mittelstädt, falls der sich schwer verletzen sollte. Und deswegen stellt euch jetzt die Frage, wenn wir diesen Berliner Weg, ich will den gar nicht im Mund nehmen, sorry, ich nehme es zurück, wenn wir den Weg gehen wollen mit den jungen Talenten, dann dürfen wir nicht die gleichen Fehler aus meiner Sicht aus der Vergangenheit machen. Nichts gegen Plattenhardt persönlich. Man hätte sich jetzt entscheiden müssen zwischen Mittelstädt und Platte. Hätte ich mich wahrscheinlich auch für Mittelstädt entschieden. Aber was will ich denn dann dahinter noch Plattenhardt haben? Wie soll denn Elias Straßner dann, je nachdem wie lange der Vertrag für Platte gehen sollte, in den nächsten zwei Jahren eine Chance bekommen auf Einsatzzeiten im Profikader? Das ist doch schwer genug, wenn Mittelstädt da ist, sich dann durchzusetzen. Oder aber man sagt, ja wir trauen dem den Sprung gar nicht, zu, ja dann brauchen wir ihn auch gar nicht halten bei uns. Ja, dann können wir das nächste Talent abgeben. Also so muss doch der Entwicklungsplan für junge Spieler sein, langfristig gesehen. Wenn er 18 ist, genau wie bei einem Eidsperger, wenn er mittlerweile 18 ist und 19 spielt, das heißt ja nicht, ey, du wechselst doch auch nicht zwangsläufig einen Schienenspieler oder Linksverteidiger andauernd aus. Es sei denn, der ist mal gesperrt oder der hat eine schwere Verletzung, aber es ist ja jetzt keine Position wie ein Stürmer, wo man nochmal einen neuen Impuls zwangsläufig immer reinbringt. Und von daher, warum nicht ein Backup mit einem nächstes Jahr 19-Jährigen machen? Ja, also wann will man den denn integrieren? Das heißt nicht, dass man jetzt mit 19 schon fertig sein muss, aber wenn das der Weg ist, muss doch das genau der Entwicklungsplan sein. Wenn man mit Platten nicht verlängert, würde ich auch keinen anderen Spieler verpflichten. Es sei denn, man sagt, Straßener wird innerhalb der nächsten vier Jahre kein Bundesligaspieler werden. Wenn das aber die Analyse ist, dann wissen wir doch sowieso, wenn wir sagen, der wird in den nächsten zwei, drei Jahren kein Bundesligaspieler, dann wird er sich eh wieder einen anderen Verein suchen. Es sei denn, der ist mit so viel Herz dabei, dass er es unbedingt bei Hertha halt schaffen will. Wenn wir jetzt noch einen neuen Linksverteidiger holen, was sollte das für einer sein? Sollte das ein Stammspieler sein? Dann sitzt Mittelstädt auf der Bank. Warum hat man dann mit ihm überhaupt verlängert? Soll das ein Herausforderer für Mittelstädt sein? Wie sieht es dann mit Straßener aus? Da haben wir wieder genau die gleiche Situation, als wenn wir Plattenart behalten. Eigentlich kann der Weg für meine Begriffe nur sein, wenn man eben, ist jetzt nicht so, dass ich hier jedes Spiel von Elia Straßener gesehen habe, aber das ist ja die Aufgabe von den ganzen Leuten, die im Jugendakademie arbeiten und vielleicht auch von einem Zecke, der ja als Bindeglied gelten soll. Dann kann doch nur das Ziel sein, da kommt ein U19-Spieler, wenn der nicht der Ausreichende ist, dann gibt es vielleicht in der U17 einen. Wenn es in der U17 einen gibt, ja, dann kannst du noch mal einen neuen verpflichten. Aber selbst dann würde ich Plattenart nicht behalten. Dann würde ich lieber einen anderen Spieler noch verpflichten. plus, wie gesagt, wir hätten zur Not ja eben auch noch einen Rehse, den man rein theoretisch dort aufstellen kann. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, vielleicht seht ihr das ja ganz anders, vielleicht sagt ihr, nee, Platte, Legendenfreistöße, spielt stabil, wenn er auf Gehalt verzichtet, ist unser Kapitän, hat er, muss man sagen, nicht nur durch das letzte Spiel in Hamburg hat er einfach Legendenstatus, weil er unter Magath wirklich spritzig und fit war. Er war spritzig und fit und er hat nicht nur in diesem Spiel uns komplett den Jackpot bereitet mit seinen Flanken, ob das gegen Stuttgart auf Selke war, auch gegen Bielefeld auf Selke, Riesenchance vorbereitet, die er da nicht gemacht hat. Also Hoffenheim eigentlich komplett alleine mit seinen Standards quasi entschieden. Also er hat ja in der letzten Saison noch mal richtig aufgedreht, aber er hatte jetzt auch 25 Spiele Zeit, das wieder zu zeigen und er macht es nicht. Ich sehe überhaupt keinen Grund, mit ihm zu verlängern, wenn ich ehrlich bin. Und im letzten Spiel mit der Städte auf der Schienenposition hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, war eigentlich der Beste, den ich so auf dem Feld für meine Begriffe gegen Hoffenheim, wenn man das überhaupt sagen kann, gegen Hoffenheim gesehen habe. Also für mich spricht, also ich wüsste kein Fakt, der dafür spricht, Standards, ja okay, dann schwirr mit Marton Dardai, soll der die Standards treten oder außerdem sollten wir generell noch mal überlegen, ob wir vielleicht mal noch einen Zehner verpflichten für die neue Saison, unabhängig von der Liga, der Standards treten kann oder Tolga muss sie treten. Also dafür brauche ich Platte jetzt nicht halten, zumal die Standards in den letzten Wochen, Monaten ja auch katastrophal waren. Das ist kein Held gegen Platte, der ist für mich eine absolute Legende bei Hertha, ist ja mittlerweile auch neun Jahre da, aber alleine durch die Verlängerung von Mittelstädt macht es für mich keinen Sinn. Es hätte vielleicht, wenn wir Mittelstädt abgegeben hätten, dann hätte ich vielleicht auch noch mal drüber nachgedacht. Dann hätte ich gesagt, ja gut, wenn der jetzt wirklich auf viel Gehalt verzichtet, dann lass Platte holen und dann ist der Herausforderer der Jugendspieler. Aber so in der Konstellation jetzt wieder genauso weiterzumachen, wie die letzten, weiß ich nicht, sieben Jahre, wodurch zwei Talente gegangen sind, würde für mich davon zeugen, dass man eigentlich aus dem Fehler nichts wirklich gelernt hat. Aber schauen wir mal, ob das wirklich passiert und was ich auch noch mal dazu sagen muss, selbst wenn wir jetzt nicht absteigen, wir wollen ja die Gehaltskosten drastisch runterkriegen. Also für mich ist, da darf der Minimum die Hälfte verdienen, Maximum die Hälfte verdienen. Selbst wenn er jetzt nur zweieinhalb und nicht drei Millionen Grundgehalt hat, dann verdient er jetzt 1,2 Millionen. Also wie viel Geld wollen wir denn für einen Plattenhardt mit Anfang 30 ausgeben? Das ist auch gar nicht böse gemeint, aber er kriegt dann auch, bei einem anderen Verein wird er nicht viel mehr kriegen. Wo soll er denn hingehen nach den Leistungen jetzt, wo ihm in der Bundesliga irgendein Klub sagt, hier, bei uns verdienst du 2 Millionen. Kann ich mir sehr schlecht vorstellen. Es sei denn, er will nochmal irgendwie Wüste machen oder USA, wenn es da irgendwie Angebote gibt oder was weiß ich. Wie gesagt, Platte an sich, super Typ, aber macht für mich von der Kaderplanung gar keinen Sinn. So, eure Meinung zu den ganzen Themen. Das war heute mal eine Re... Also, wann haben wir das letzte Video gehabt, was nur 20 Minuten ging? Ein richtig fixes Video mit den kurzen Kurznachrichten. Ich muss nämlich jetzt auch weitermachen, deswegen habe ich mich auch so beeilt beim Reden. Macht's gut. Auf dem Zweitkanal sind ja auch jeden Tag Videos. Auf dem Drittkanal mit Nico könnt ihr auch jeden Tag Videos abchecken. Und morgen streamen wir dann auch wieder. Macht's gut, hao he. Und schreibt mal auch rein, wer von euch nach Freiburg fährt. Würde mich ganz so interessieren. Ich bin Block N17 am Start. Macht's gut. Bis dann, hao he. Bis dann, hao he.